Jetzt wird das Geschäft digitaler. Wir wollen die Sicherheit und das Vertrauen aus der analogen Welt in die digitale Welt transformieren. Für mich war das ja faszinierend, als ich erfahren habe, dass die Bundesdruckerei tatsächlich nicht nur Geld druckt, sondern auch solche passgenauen IT-Lösungen liefern kann. Mit unserem Partner, der S-Markt Mehrwert GmbH, was ja der IT-Dienstleister ist für die gesamten Sparkassen in Deutschland, haben wir es geschafft, unser System in das Kernbankensystem zu integrieren und mit dieser integrierten Lösung ist es nun verfügbar und hier in Offenburg haben wir gestartet und das strahlt jetzt aus für Deutschland. Wir sind seit 2016 hier in dem neuen Haus im Stadtkern und bedienen hier Thema Immobilien, Firmenkunden, das Privatkundengeschäft und sind Service- und Beratungsaffin. Ich habe gedacht, wow, das ist modern und das ist, wie ich mir meine Bankfiale vorstelle. Da geht man gern hin. Also wir haben ja die Ausweispapiere auf Echtheit geprüft. Das war quasi ein händischer Prozess. Wir haben dann die Daten im System OSP erfasst und danach Ausweiskopien gefertigt. Dann diese Papiere natürlich wieder digitalisiert und archiviert. Die Kundenlegitimation ist für uns ein sehr, sehr wichtiger Prozess, denn die Identifikation und die Legitimation unserer Kunden gehört ja als Basis zum Kerngeschäft im Bereich Know Your Customer Prozess. Also wir müssen wissen, mit wem wir Geschäfte aufnehmen. Diese Lösung ist im Endeffekt eine starke Prozessbeschleunigung und eine medienbruchfreie Übernahme von Daten. Das ist also etwas, was den Mitarbeitern helfen soll, mehr Zeit mit ihren Kunden zu verbringen und die Prozesse treten in den Hintergrund. Soll heißen, mit unserer Lösung ist es mit der Datenqualität so, dass eins zu eins die Informationen aus den Chips ausgelesen werden, medienbruchfrei in das Kernbankensystem überführt werden und dafür noch eine Sicherheit gewährleistet wird, dass die Dokumente echt sind und verifizierbar sind. Das ist ein entscheidender Vorteil im Gespräch und auch in der Zusammenarbeit mit den Kunden. Der Bankberater ist viel mehr für die Kunden da. Sie legen das Ausweisdokument in diese Maschine, sie legen das auf, das wird ausgelesen und dann haben wir das mit einem Schritt dann im Kernbanksystem erfasst. Diese Lösung wurde aus der Kundensicht entwickelt, dass der Kunde möglichst wenig Aufwand hat im täglichen Betrieb damit. Das Update der Datenbanken wird von der Bundesdruckerei übernommen, der Kunde hat damit wenig zu tun. Und das unterscheidet uns auch von der Konkurrenz, dass wir im Kernbankensystem drin sind und das Vertrauen des Kunden gewonnen haben, hier diese Lösung direkt aus der Bundesdruckerei für den Kunden zu verwalten. Die Zusammenarbeit mit der Bundesdruckerei war zielführend. Sie war konzentriert auf Lösungen. Wir haben sehr viel optimieren können, sehr viele Prozesse vereinfachen können und von daher lief das optimal. Die Sparkasse Offenburg-Ortenau ist eine sehr innovative Sparkasse. Es werden also ganz konkrete Lösungen auf dem Weg der Digitalisierung kommen. Nicht nur mit der Sparkasse Offenburg-Ortenau, sondern auch für weitere Sparkassenfeiern in Deutschland. Wir sind schneller, haben eine höhere Datenqualität, haben eine Echtheitsprüfung und sind natürlich vor allem eins, happy.